Hier ist euer Akito 8 und 1 Stile melding in einem Rundgang durch das Volkfest von Nördlingen, die Nördlinger Mess 2017. Viel Spaß! Hier fangen wir an mit der Mandelkönig. Dann gehen wir hier vorbei bei Meier Bier Garten. Da hinten wäre noch so eine Dulz. Römer Reitbahn, Jürgen Kaiser aus Augsburg, das Pannierreiten. Dann gehen wir hier geradeaus weiter. Magic Fotos. Der Kompibike und Bühle Kott Kompany. Die Ulyx Pyramide, ein Notstart. Die Kompibike, die Kompibike. Jetzt sind wir jetzt die Kompibike. Und Aparag, da waren wir über 600 Meter. Das ist mit Ausdrechnung. Die Volk vom Freikten. Die Kompibike und Bühle Kompibike. Dann haben wir hier einen kleinen in den letzten Zweck. Handwerksbäckerei Max. Metzgerei Schlecht aus Nördlingen Bäckerei Hauser Metzgerei Gottschelhofer Ullis Käsehütte Metzgerei Pisco Pizzeria Pescara Und hier hinten ist noch der Sicsing Garten Dann haben wir hier noch das Knusperhaus Und den Schokokeber Da hinten ist dann der Duldbereich mit Soft-Eis und gebrannten Mandeln Dann gegenüberliegend der Feuerteufel von Ebert Müller Nivellen Lungengrin Das Kinderkarten Das Kinderkarten Dann gehen wir hier rechts rein Vorbei beim Joghurt Rosenjoghurt Dann beim Europol vorbei Dann beim Europol vorbei Das Riesenrad Das Riesenrad Europarat Das Riesenrad Das Riesenrad Das Riesenrad Das Riesenrad Das Riesenrad Das Riesenrad Dann gegenüberliegend vom Europarat Das Riesenrad 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 Wilde Maus. Dann nehmen wir mal das Riesenrad. Lützenberger Schwiener Mandeln. Lassenberger Schwiener Mandeln. Lass von Soft Ice. Und der Super Scooter. Ja, Rallye 2000, Autoscooter. Dahint geht es dann wieder weiter zum Kultbereich. Dann machen wir die Straße, von wo wir gerade herkommen. Hier wieder Essen. Grillstube Hach. Paulin Lukas. Sind für feines Bäckermoll. Landmetzgerei Münzinger, Party- und Kästler-Ringservice. Hier gibt es immer frische Backwaren aus der Detail. Frostbraterei Hans Hülsenbeck. Karamann Dönerkebab. Nochmal die Thai-Bäckerei und Metzgerei Bruckmeier. Dann sind wir hier in der Festhalle, im Festzelt Tappet angelangt. Mit Biergarten. Im Hintergrund nochmal der Top Spin zu sehen. Wir haben noch einmal eine Fütteria. Wir haben noch einmal eine Fütteria. Wir können mal da rausgehen. Vorbei bei den Käseschmankerl. Pizza Antonios, Bella Italia. Käseschachtel Florian, Original Allgäuer, Emmentaler oder Bergkäse. Barg- und Steckerlfisse. Spendinger Wemding. Und hier ist unser Verein Nördlingen. Dann haben wir hier, wie schon gesagt, noch den Top Spin. Und hier kamen wir. Und hier kamen wir. So, nach einer kurzen Unterbrechung geht es jetzt weiter. Und zwar geht es jetzt weiter in der nächsten Straße hier. Vorbei beim Superhupfern. von Scheidacher. Eberhard Knusperhaus. Von Scheidacher. Und hier kamen wir ja gerade. Und hier kamen wir ja gerade. vorbei bei der Jagdhütte. Vorbei bei der Jagdhütte. Und dem Jockel. Gute Weine, Feines vom Grill. Dann Helbergs heiße Backfisch-Spezialitäten. Heiße Backfisch-Spezialitäten. So, wer spielt da nochmal mit hier? Anschließend dabei sein. Hier haben wir wieder das Kermel-Derby von Endres. Das Bratpfandel. Schlemmer-Spezialitäten. Von Bonrath. Eine Geisterbahn. Die Geistervilla. Die Geistervilla. Den Überlegend davon. Pfeilwerfen. Von hier kam er gerade. Die Eiskonditorei. Und mal die Geisterbahn hier. Den Überleg von der Geisterbahn. Die Eiskonditorei. Die Kindererlebnisbahn. Die Kindererlebnisbahn. Santa Fe Express. Frontierland. Die Kindererlebnisbahn. Santa Fe Express. Frontierland. Dann nehmen wir uns hier an dem Ende. Hier noch das Zuckerparadies. Von Cupfinger. Hier rechts nochmal das Ponyreiten. Oder das Pferdereiten. Und dann hier noch der American Dream Dosenwerfen. Das war dann. Wie hier die Magic Fotos vom Handy senden. Das war dann der Rundgang durch die Nördlinger Messe 2017. Für weitere Videos besucht meinen YouTube Kanal. Aikido811 auf YouTube. Oder schaut auf Facebook. Aikido811 auf Facebook. Ansonsten. Bis zum nächsten Mal. Euer Aikido881.